Heute können wir hier alles. Ja, jetzt geht's. Ihr Potentieler Geldgeber ist noch ganz interessiert. Ihr Potentieler. 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 Potentieler? Genau, sehr gut. Potentieler. Okay, not Potentieler. Potentieler. Yes. And I have no idea why we pronounce it like this. It's really like Tachitsuteto-san. Potentieler. Ja, Potentieler Geldgeber ist noch ganz interessiert. Anatano? Anatano Potentieler Geldgeber. I have no idea how to say it in Japanese. I can't see the Guiltgeber. Okay, okay, okay. But of course, Guiltgeber, what do you do? You can buy. That's why the very simple word is buy-te. You can buy people. Oh, okay. You can buy people. You can buy people. You can buy your thinking. You can buy your say it in Japanese. But of course, like話相手. Yeah, so like話相手. Yeah, like話相手 in Japanese. Okay. But then you can buy your idea. Potentieler. 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 That's right. So... Well from phone-from-comer. Ich würde mit dem Kandidaten gehen, aber schauen wir mal, wie es Google sagt. Sennzeitekinakinyo-Gyoschau. Jezentaninomi-Kyomi-Gardien. Am ganzen Haus kann es mit am gesamten Haus verändern? Ja, am gesamten Haus. Am gesamten Haus. So, he doesn't want to buy only one flat, but all the flats in the house. Sennzeitekinakinyo-Potential. 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 Okay. Deine Katte-Kofu ist Nor Nor ist es, was Sie benutzen? Nor Nor O Shika? So, Shika. Heute, Shika. Zembu no ihe shika 興味がない Guntenhaus Zembu no ihe ni shika Zembu no ihe ni Shika Kiwami kanai So, so, so... But it's weird, right? Zembu no ihe ni shika kiwami kanai Because... Zembu... You are limited the sentence with Shika But actually the Shika's target is Zembu That's why It's kind of a contradiction Why you say Zembu and Shika? So. 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 The buyer is only interested in buying a whole. Yeah. Whole building. So. Interessiert. Zu kaufen. Zu fair kaufen. Zu kaufen. So. Kaufen. Maske fair kaufen. Genau. Gelt giver kaufen. Yes. Kaite kofu So. Iihe suenge. Pain permit. Casual land解決. Pu hast du maling. Iihe suenge. Internet site. It'sWith. Anine t這個是. Iihe suenge. Iihe suenge. Sie können das Haus nicht Sie können das Haus nicht kaufen Sie können das Haus nicht kaufen Sie haben das Haus nicht kaufen Okay. It's only one word. You have to catch, right? That's why, in order to make it clear, then make the sentence longer. But both perfectly fine. I couldn't buy this house. I couldn't buy this house. Why? Why, Herr Özdemir, Eigentümer des Lädens und der Wohnung im ersten Stock ist. Das Ladens. Weil Herr Özdemir Eigentümer des Ladens. Long vowel. Ladens. Ja. I don't know the meaning of the word. The meaning of this word is East. Right. Oh. Huh? Fuzdemir-sanが1階です. Oh,日本語で2階ですね. Oh, my God. Fuzdemir-sanの店は1階にあって. でも、アパートは2階にあるわけです. Uzdemir. Uzdemir-sanの... What is it? Aigentümer? Aigentümer? Aigentümer. 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 He is the one that owns the shop. Owner. Is it like... Uzdemir-ona? Is it like... Is it like... What is this? It's like a... Here? Like a... Eigen-tümer-uzdemir? Can you say that? Eigen? No. Not really. No. Here? No. So... But here... The sentence is not like here. Okay. Yeah, it's because it's a vile sentence. So the structure of the words is changed. So if it's not vile, you would say... Herr Özdemir... East? ...is der Eigentümer des Ladens und der Wohnung im ersten Stock. But because it's... It's combined with... Sie können das Haus nicht verkaufen. Weil... Then... Somehow... I don't know why... We like to make it complicated. We changed the... The... Yeah... The words. The position of the words. Actually, the sentence is... Uzdemir-san ga owner desu. Nein. Oh... Oh... Ustdemir-san ga owner desu kara... Desu kara? Yes. Okay. So if you wanna explain the reason, you're gonna add one grammar here. Ustdemir-san ga owner desu kara. Add one. Yeah. Nandesuka? You are telling... Your explanatory tone. Neeee...? Uddu-san ga dekinnagatta. Uddu- edu-uddu. Uddu. Okay okay. Hint. Anda. Anda-grammar. Use Anda-grammar here. Uddu. Umddu. Uddu. 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 Un-ddu. Dekita. Okay. Uddu. Udsdemir-san ga owner desu kara. Okay, so to emphasize that this is an explanation for the sentence before. Yeah, the sentence is a perfect situation. You're gonna go with んだ. So if you add 何, which comes from んだ, you actually don't have to put color, but it still can convey, but it still can convey. But if you use to, you know, just get stronger, which is good. Because, you know, there, Patrick is explaining. Yeah, okay, I see. Okay, so what kind of owner? What kind of owner? It's here, right? Mr. 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 I learned that here is a room, but one component is also we say. Ah, just go to Kai-san's room. Ah, just go to your neighbor's room. In that context, we use like apartment. Okay, ah. Since it's not casual conversation, apartment is very clear. 2階の apartment owner. Usdemia-san is the owner and apartment owner. Okay. Here is Usdemia, I get two more. This laden's... This s is ginnitive. It's not really necessary. This laden's went to their bonung. Why? Why... Ah, their bonung is female, so they are their? Ginnitive? Yes, that's right. I think that's right. I guess. I don't know the German language. I don't know. I don't know. But if I'm going to categorize it, I think that's right. I don't know. I don't know. I don't know. I think that you have the rightzi right now... Hummelged? On-bedding. Unbedingte. Unbedingte. nein, ich habe sehr gut gemacht. Ich habeuche eine Überlesung zum Beispiel. Ich habe keinen Fall für dein Kaine, weil du in den Kaine benötig auf leash. Also kannst du hier mit dem Kaine gehen? Ah, no, it's present, okay. Because it's ongoing. But you couldn't buy this house. Is it present? It's present. Yeah, it's present. Okay, okay. Do you have to buy this house? Mustn't. Do you have to buy this house? Do you want to buy this house? Yes, that's present. Your presence is present. But you couldn't buy this house. But you couldn't buy this house. Yes, it's not. But you can't buy this house. Because it's not the house. You're not buying this house. You are not buying this house. Ich weiß nicht, was ich weiß, was ich weiß, was ich weiß. Then rest. Nantesか? Futsu ni yutara. Nocori? Nocori. Do you do ano? Nocori. nurseries. que democracy. Ok. Interesting. Fti. Aha. What is the same word alone or something? Also, since you know the next word. Ah, gosonji. Aber dann wollte ich etwas sehen. Oh, ich weiß es immer. Gosonji. Gosonji ist immer noch ein sehr wichtiges Wort. Wir haben noch nicht gefragt. Ich gehe mit gosonji. Also, gosonji. Die Habime Tuntangela terrorisiert. Ich habe wirklichgioet. Es kamen. So, ich habe noch nie gehört. So, ich habe noch nicht gehört. Ich älte, oder? Ich möchte noch nie. Was ich ehrlich sagen? Aber okay, Terroristische ist immer noch stärker als ich jemanden zu beurden. Hallo, Noshu-san! Danke, dass du kommst! Willkommen, Willkommen! Daruk, hast du hier gebracht? Ja, heute! Willkommen, Karu-san! Konnichiwa! Wie, 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 wie unterrichten Deutsch mit Japanisch? Genau, wir lernen Deutsch und Japanisch. Ok. Kannst du ein Satz mit Terrorisieren? Machen, machst du ein Satz mit Terrorisieren? Machen. Ja. Ja. Die Verbrecher haben die Stadt terrorisiert. Like the criminals. Right. Ja. Ich kann nicht sagen, Englisch. Terrorisieren. Terrorisieren. Oh mein Gott. Ich weiß nicht mehr. Ist das zu Terrorisieren? Ah, Terrorisieren. Ich weiß nicht. Okay. Gangsam war. Entschuldigung, mich Black. Entschuldigung. Ich bin tot. Entschuldigung. 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 Ich weiß nicht, was ich weiß? Ich weiß nicht, Kai. Ich weiß nicht, Kai. Ich weiß nicht, Kai. Ich weiß nicht, Kai. So, Terrorize. Terrorize. Make people scared. Terrorize. だから 今 Googleさんは恐怖に落とし入れる 恐怖 恐怖の気持ちに させる その表現を 恐怖に落とし入れる 怯えさせる 怖いを使う 怖い 怖 怖 怖 is an an e-chic right? It's not a verb. そうでしょう? あ、怖 怖 Positive 怖 怖 怖 あ、す 怖がらせ そうです ここでガルが使えるんです 怖がらせる 恐怖に落とし入れるというのは Und wir reden jetzt, als Okay. Super! Du bist ja so強! Du bist so ein Präz博 und Angela? Du bist du dazu? Du bist dul? Du bist du? Ja, du vielleicht? Du bist du gegr? Du bist du? Du bist du. Du bist du? Du bist du? Du bist du? Der ist, du bist du. Poha gara selu Poha gara selu Das ist das, dass sie gemacht haben Sie sind für den Einbruch und Sie schäden im Geschäft verantwortlich Ich weiß nicht Ich dachte, es sei ein Drohbrief Drohbrief Nein, es sei Drohbrief Oder A break-in Ah, so da Weil jemand in den Shop und alles verbrüht Ein Drohbrief Ja Ja Und Schäden im Geschäft Schäden Schäden Higaides Higaida Ist es schäden? Schäden Ja Schäden 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 Im Geschäft verantwortlich 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 Nein, das kann ist es your fault oder you are the one responsible for this Ja you are responsible for the break-in and the damage in the shop It's you who did it What's the sentence structure? Sie sind Sie sind verantwortlich Sie sind verantwortlich Sie sind verantwortlich Azumi ist für japanisch unterricht für No, no, no Azumi ist für den Azumi ist für die deutsche unterrichten verantwortlich üben japanisch unterricht because you are the one who teaches japanese I mean I changed the japanese into deutsche so I am responsible for my german practice oh it's not it's not practice it's lesson ok so Azumi ist für deutsche übung verantwortlich ja Azumi ist für ihre deutsche übungen verantwortlich für 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 ihre deutsche übungen für ihre deutsche übungen übungen bei kaisern ist kaisern ist für ihre japanische übungen verantwortlich genau ja ahimu masken ist für den einbruch und die schäden im geschäft verantwortlich yeah ja ja kaiskoku kaiskoku nattel どうぞ mhm anata war einbruch up Let's check the previous episode. Okay. Okay, so that happened in the Geschäft. That's why we put here. You have to say what is the problem? The problem with the repair. The problem with the repair. The repair. That's the problem with the repair. Yeah. The repair caused by the repair. Okay. The repair caused by the repair. Die Verkaufnahme ist die Verkaufnahme. Okay. Die Verkaufnahme ist die Verkaufnahme. In diesem Fall, sie ist die Verantwortung. ... It's hard to hear Japanese responsible. ... Ich bin für meinen japanischen Lernen verantwortlich, es hat vielleicht einen positiven Wissen, das ist derjenige, der die Studierende hat, aber in diesem Satz ist er derjenige, der das zu verabschieden hat. So, so. So, 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 ja, 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 ja. Opposite. Slightly different, ja, slightly different meaning. Accountable. Responsible, accountable, blameable. Blameable, ja, 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 ja. Blameable, ja, ja, ja. So, if you blame, how can you blame? Blame. It's very easy. In Japanese, I don't know. There is a very easy word for blaming. It's so easy word. I don't know. You're not easy. I don't know what the word is. What does your name mean? No, no. You're not easy. It's easy, isn't it? So, yeah, right? What you have to say, is that? What's the answer? What's the answer? What's the answer? Das ist eine Antwort, ja? Ja. Du bist ein Antwort. Du bist ein Antwort. Ja. Ja, vielleicht kommt es aus. Accountable, ja? Accountable. Okay. Omi-e-san, der Verkauf und der Verkauf ist der Verkauf. I would like to add. Du bist... Du bist... Du bist... Du bist... Du bist... Meimete-san und Anji-ra-san-wo... It has to be past tense. Sie haben terrorisiert, also. Ja. Masch-form? Masta! Woagalase-masta! And... Sie sind... I would add a connecting word here. Ah, no, no, no. So this is one sentence. This is the same topic. O店の侵入とその被害はあなたのせいです? No order. No order. Aなたのせいです. Very good point. But what do you do next? I'm scared. O店の侵入とその被害はあなたのせいです? I would go with name. I would go with name. And then... If Patrick is very detective, showing his kind of... what he... he's interested. Because he's like 100% sure that it was like this. Yeah, I'm really determined. I'm really sure. Then... Yeah, okay. Yeah, name is just annoying. Okay.